Der gute Atlas, der gute Atlas. Ja, den sehe ich auch gerade. Ja, wir sehen immer die gleiche Lagezone. Echt? So, jetzt müsste der achte kommen. Hm, ich werde mal kurz gehen, Moment. So, hätte ich aber ja weiter labern können. Ja, wie lange du für das Gän brauchst, ist ja fast schon. Ja, ich habe mal so ganz ausgiebig, weiß, dass ich den Rest des Partes hier, der ganzen Hacke hier nicht mehr machen muss. Oh nein. Also ist der achte doch dieser hier, oder wie? Ja, glaube schon. Hätte ich auch gedacht, nur, dass du mich verwirrt. Okay. Oh, jetzt gibt es einen Laser. Ein Laser? Oh, das ist so einfach. Warte doch mal. Komm, jetzt mal. Gib mir den mal. Ach so. Kannst du mal gerade hier durch das Ding durchgehen, dahin? Ne, äh. Hier meine ich. Genau, dann gib mir den mal. Ähm. Hier oben. Ach so. Ach so. So. Okay. Ich bin schlau. Ah ja. Darf ich diesmal die CD einlegen? Ja. Danke. Ich habe so eine dumpfe Ahnung, dass das hier sauschwer wird. Ja, hier brauchen wir nochmal so ein Ding, um das Ding hier zu blockieren. Boah, das wird so schwer. Oh nein. Ach, da hinten kommt jetzt eine Kugel hin. Kannst du die davon irgendwie auffangen? Stell ich mal da hin. Ne, die kannst du, die musst du mit so einer Lichtbrücke blocken. Oh. Ach, hier ist... Da ist aber keine Licht... Äh, Blücke. Keine Lichtblücke. Drücke, doch, die Blücke ist hier. Aber das macht der hier. Oh nein. Wo sind denn die Blücke? Habe ich jetzt was gemacht? Ach, da ist die Blücke. Die Blücke. Die alte... Die Blücke. Die Blücke. Habe ich die Blücke bestellt? Ja, aber nur für zwei. So, jetzt... Ja, hier, da, nee, doch nicht. Ach, so, Nutella-Glas. Genau. Hier, ich habe es begriffen. Nutella-Glas. Okay, mach nochmal. Was denn? Scheißen. Oh, der war gut. Ah, ja, ich kann aber gar nicht hier hinter stehen. Weil hier ist ja ein Dingens. Ja, doch, dann schießt du doch mal da eins hin. Ah, ja, ach, das geht. Ah, jetzt bin ich hier durchgegangen. Okay, und dann? Wohin noch? Äh, da vielleicht? Nö, nö. Hm. Ah, warte. Einfach warte. So. Ich bin schlau. Das gibt's doch nicht. Wie dumm ich manchmal bin. Okay, jetzt da nochmal dein neues. Also, die Brücke. Was habe ich denn benutzt? Das, okay. Okay. Kann ich den nicht hier so fangen? Äh, nee. Okay, fangen geht schon mal überhaupt nicht. Also, irgendwie, ich schieß mal da drauf. Noch. Wo? Ah, natürlich. Aber ich glaube, der ist immer noch auf deiner Seite. Kannst dann... Der fliegt sowieso irgendwie so eine... Der fliegt so quer. Ah, ist scheiße. Ach, hier kommst du ja nicht hin, ne? Ich geh mal hier durch. Ich würde... Ich weiß nicht... Was macht halt hier? Hier ist so ein Knopf. Ja, ja. Das ist der Knopf, dass da die Kugeln kommen überhaupt. Kommen die denn dann irgendwie anders? Ach, vielleicht so. Oh, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, ich... Ach, da kann ich gar nicht drauf gehen. Kommt da leider nicht drauf. Nee, leider nicht. Hm. Vielleicht irgendwo... Ach so, vielleicht... Das ist ein bisschen tiefer. Nee. Ah! Nee. Ich glaube, so ist das auch nicht gedacht. Äh, ich gucke mir nochmal diese Ecke hier hinten an. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn die Kugel da ankommt, da fliegt sie rein. Dann fliegt die quer. Ach, ich habe das Portal einfach nur falsch rumgesetzt. Ja, okay, äh, nochmal... Ich habe auch eine andere Idee noch. Na gut, probiere erstmal deine. So, so vielleicht. Nee, jetzt bin ich nochmal hier durchgegangen. Warte. So. Okay, das ist die falsche. Vielleicht, wenn ich so rumsetze... Oh, Mann. Ich ver... Okay, irgendwie... Boah. Ich kann... Ja, das haben sie gut gemacht. Ich kann es gar nicht... Gar nicht in die andere Richtung setzen. Vielleicht kann ich das hier... Nee, kann ich auch nicht... Ich habe nur eine andere Idee. Äh, warte. Was habe ich denn gerade gedacht? Ach so. Kann man von hier... Kann man die nicht hier einfach auffangen? Schieß den mal dahin und dann noch da eins hin. Mach mal. Wohin und dann? Da oben auch wieder. Und dann im letzten Moment, wenn das halt hier gegen kommt, ne? Also halt gegen das Teil, ne? Dann schieße ich das dagegen und dann... Können fängt er es vielleicht auf. Versuch's mal. Sag Bescheid, wenn das Teil da in deinem Hellblauen drin ist. Das nächste Mal. Und... Jetzt. Ja! Ja! Nein! Du bist ein Genius. Du bist ein... Hallo, der ist doch da. Na? Wo ist er denn hin? Ach, da. Nein! Okay. Das war aber schon eine sehr, sehr gute Überdenkung. Das wird doch wahrscheinlich genauso gemacht. Aber du hast mal nachgedacht in diesem Spiel. Okay, ich sag dir Bescheid, wann der nächste kommt. Vielen Dank, ja. Jetzt. Oh, der rollt aber auch immer schön runter. Hab ihn. Okay. Einfach jetzt nur den Laser kaputt machen. Jetzt schmeiß ich die Kuh nachher runter. Okay, dann hol du jetzt mal die neue CD, die wahrscheinlich jetzt hier irgendwo auftaucht. Hallo? Hier, Scheider. Ach so, okay. Du willst wahrscheinlich wieder den besonderen Countdown. Ja. Ja. So. Oh, ne. Noch einer. Noch weiter, ey. Okay, geh du links lang. Ich geh rechts lang. Ach, an den kann ich mich so ein bisschen erinnern. Und ich weiß nur, dass er scheiße war. Vielleicht. Aber irgendwie waren bei dir alle Tests scheiße. Ja, stell dir mal vor, mit irgendeinem Typen zu spielen. Ich hab auch mit dem Fremden gespielt, aber mit dem hab ich gechattet. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Vielleicht kann ich ja irgendwie da oben was machen. Wir müssen da nur hin, nicht irgendwo eine Kugel setzen oder sowas, ne? Ich seh's. Mir nicht irgendwie eine Kugel geben. Noch nicht mal, ne? Hey, ich schieße immer mit dem. Halt. Da. Ach, da ist Dingensbrücke. Ja, da ist ein Dingensbrück. Ein Dingensbrück. Yay. Also ich hab immer gelb und dann hier mal rot und dann hier mal gelb und dann hier mal rot. Wo ist die Brücke? da hat er okay und da kommt sie nach oben am besten ich will noch mal was ist das vielleicht schon genau schnell raus oder runter so runter ja ja kann man da hinschießen da nee da kann es nichts machen ich glaube das auch nicht der richtige weg ich habe eine idee ich bin mal gerade über dich so komm mal rüber hier geh mal durch vielleicht hier irgendwie ach jetzt weiß ich da unten sind ja so jahre dinge aber wie kommst du darüber hin und jetzt da drunter muss ich noch eins machen und ich muss wahrscheinlich du machst da eins noch dann da ja wir müssen uns dann in der mitte treffen dahin okay bist du bereit also ich muss nur ja ich glaube so ja okay los geht's drei moment ich mach count on irgendwie so eigentlich drücken okay und drei zwei eins los geht's Bum alt ach doch geschafft alles satt ooooh ach so das war von dem Spiel das sagt gerade so verschwommen aus ja das kann man wo's 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 such 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 ooooh keiner da so was spielen wir jetzt ähm GTA 5 GTA 5 okay jetzt geht's so was geht ja auch langsam einführen ähm ganz langsam in den Schlitz nein Alexander Seitz hat's gehackt ach scheiß endlich schon wieder äh 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 bla bla so geil und dann tot Kenny Code noch 533 yeah wir haben Stufe 3 geschafft wie ist das was sind die Flächen flach flachland wie Lichtbrücken oder sowas flach Flutlichtbrücken oder sowas na so ich weiß es nicht mal gucken ob ich noch genug Platz hab für den nächsten Test ich denke aber schon ja ja also so lang laden muss nicht sein ne 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 also ja so oh Achievement get echt ja ich hab ein Achievement bekommen welches hä oh jetzt auf einmal was hast du gekriegt ich hab nicht genau gelesen ich hab's ja nicht ich hab nur gesehen dass ich eins bekommen hab wo ist denn Nummer 4 schau mal so im Voraus ah da unten ok da komm mal richtig schwer hin der ist ziemlich hardcore ja das wird schwer also ich glaub allein der Gang dahin wird ein Part dauern sag euch schon mal wie es heißt Transportschächte oh nein das sind diese Dinger oh oh Gott das wird so lustig werden oh mein Gott ok also komm mal hier hoch so mit einer freundschaftlichen Umarmung war's das mit Teil 3 von Portal 2 Koop beziehungsweise habt ihr das in mehreren Parts gesehen aber das war's jetzt komplett mit Teil 3 also tschüss 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 tschüss